Hallo, heute gibt es wieder mal ein Food Friday Food Diary von mir. Viel Spaß damit! Guten Morgen! Ich habe noch ein wenig eine beschlagene Stimme. Bei uns gibt es heute für mich und für meinen Sohn Spinat mit Bacon und Ei. Es gibt so eine Pfanne mit Hühnchen und Zucchini und ich habe das mit Kokosöl angebraten. Sehr, sehr lecker. Und ja, dazu gibt es noch ein wenig Reis, der ist übrig geblieben. Ich friere den auch manchmal so ein. Yummy! Jetzt gibt es Tomatensuppe. Ich mache ein wenig Räucherlachs dazu und habe hier Mozzarella reingewürfelt und Basilikum aus dem Garten. Die Tomaten waren auch aus dem Garten. Mega lecker! Yum, yum! Für Kai gibt es zur Tomatensuppe Nudeln, beziehungsweise mehr Nudeln als Suppe und Lachs. Das isst er super gerne. Ich habe hier nur als Spanieren geschlossen. So, dann wird es dann aber, wo man sich das wieder durchfüllen. So, jetzt haben wir einen Lebensmittel. Ich treue alles Gäste. Weshalb ich mich? So, jetzt habe ich dir eine Angabe-Band. So, jetzt kommt's hier zum Beispiel. So, dann können wir es gut, wenn wir da haben. So, hier denn sie » in Hühnchen, kновig oder so. Ich bescherdze, hier in Hitze, nachdem ich mir! Vielen Dank.